Online oder im Geschäft einkaufen Vorteile und Nachteile Einkaufen per Mausklick ist schnell und bequem. Einkaufen im Internet ist sehr praktisch, weil es keine Offnungszeiten gibt. Online-Shops sind 24 Stunden jeden Tag in der Woche geöffnet. Man kann von zu Hause fast alles bestellen. Die Sachen kommen dann direkt nach Hause. Besonders wichtig ist die Preis. Im Internet sind die Produkte oft billig. Wir können nicht nur ein Paar Schuhe bestellen, sondern zwei oder drei Paar über das Internet, weil wir nicht wissen, welche Größe wir wirklich brauchen. Alles, was nicht passt, wird neu verpackt und zurückgeschickt. Nachteile Aber manchmal gibt es beim Einkauf im Internet auch Probleme, weil man das Produkt nicht genau ansehen kann. Im Geschäft kann man die Schuhe anprobieren und die Verkäuferin kann dem Kunden helfen. Im Internet geht das nicht. Tausende Arbeitsplätze sind in Gefahr. Es wird wirklich zu einem großen Problem für Einzelhandelgeschäfte. Im Internet geht das nicht. Im Internet geht das nicht. Im Internet geht das nicht. Vielen Dank.